Casino in Laos Live Kesselgucken Roulette Roulette System Selmkkenzi Seltsamkkenzi Werte Gambler! Wir waren ja diese Woche auf Einladung des neuen Casinos in Laos und ich füge hier mal ein Live-Video bei, live am Spieltisch. Sie sehen, wie das Selmkkenzi-Team durch fast jeden Spieler den elektronischen Kesselgucker das Casino erlaubt es dort, auf den Kessel hält, noch schnell große Stücke, Platten, setzt und dann die Kugel ins Fach fällt. Schauen Sie sich auch die Jubelfreuden der Selmkkenzi-Player an, alles springt in die Luft, in diesem Coup wurde nämlich über 10.000 Dollar gewonnen. Und schauen Sie sich auch die Gesichter der am Tisch herumsitzenden Lauten an, die aus dem Staun nicht mehr herauskamen und fassungslos dem Freudengeschrei der Gambler zuschauen mussten? Das Video finden Sie hier. Das Video werden Sie hier. Untertitelung des ZDF, 2020